Servus! Servus! Das ist lustig. Der Philipp ist voll am Start heute, habe ich gehört. Ja, war es eigentlich cool, wenn du mich aufzunehmen? Ja. Das war das spaßigste Erlebnis ever. So sick gegangen. So sick. Ich muss mir den Part mal angucken, ob der echt interessant ist. Wo zur Hölle bin ich? Wo zur Hölle bin ich? Oh, ich bin im Special-Gebiet, lol. Ah, ich bin nicht im Special-Gebiet, lol. So. Wer hat das gedacht, du? So ein Zufall. Was machen wir das gar nicht? Das ist ja voll cool, das Gebiet. Hey, kennst du das nicht? Das ist doch über dem Wasser da. Ja. Voll easy. Was würdest du das zum ersten Mal sehen? Äh, labern nicht. Aber ich glaube, MLP ist ja da oben. Ja. Ja. Soll. Das ist voll buggy. Wenn ich dann rausschaue, sehe ich gar nix. Wenn ich die Kamera so hindrehe, denkt es auf einmal anzuregnen. Wir sehen es aber nicht. Du brauchst mit uns nicht reden, das würden wir es sehen. Ja, aber in der Aufnahme sieht man es dann. Achso, stimmt. Wie buggy das ist. Holy crap. Vielleicht dann mal wieder ein Gesicht. So wie, groß buggy. Oh, Stroh, Baumstamm ihn. Los. Loil, wie wenig damage kriegst denn du? Easy, gell? Du hast schon eine Brachidiusrüstung. Ich habe 500 DEF mit Adrenalin. Echt? Ja. So, mir geht es senkrecht. Der Fersportfall im fetten Ungegelaufen. Ja, dafür habe ich Erdbebenabwehr. Jetzt habe ich 495. Leu, Maschine. Hast du andere drin? Ja. Was hast du schon damage gelegt? Ich habe ihn mit jedem Hit getroffen. Good job. Naja, mich hat er dafür noch nicht getroffen. Und ich habe ihn schon stackern lassen am Bein. Wow, Maschine. Einfach, weil ich eine Maschine bin. Ja, Vollgas. Und ich mache noch gar nichts außer abbauen. Ja, ich muss hinlaufen. Da, Philipp. Ja, ja, ich sehe schon auf der Karte, wie du... Du kannst ihn auch mal umwerfen. Du schaust zu, wie er da dreht. Du bist zu weit weg gewesen, man. Du brauchst gar nicht mehr angreifen, du Tropfen. Ist doch voll gut, wenn er fliegt. Nö. Doch, für mich schon. Weil der dann ungefähr ewig dran liegt. Wenn er liegt, liegt er nur länger an der Hitbox. Ja. Aber ich bin... Er nimm mir hinkommen, wenn ich schon zu weit weg bin. Halt ihn aber Schweif stagern lassen. Mimimi. Ja, dann... Dann mach du so einen Schritt nach vorne. Du bist... Wow, deine Arme leuchten nicht. Ich bin... Ich bin... Einfach die King-Stroh. Ja. Boah, das wird ein perfekter Arme. Ich sehe es schön. Aber jetzt werde ich sowieso gleich erwischt, was ich gesagt habe. Sicher. Weil du ein Opfer bist. Ne, was ich gesagt habe. Wow. Die Keule schwingt der Haare. Ich habe noch kein Gift gehabt. Super. Wie viel Gifteigenschaft hat das Teil? 400. 400?! Ja, auf Stufe 1. Ich glaube 860 oder... Volle Lotte daneben Schlag. Ne, zum Schluss hat es 900 oder so. Boah, der Move ist so mies. Der Move macht so Damage, wenn der dich trifft. Ja. Ha, Gift. Was macht er denn Attack? Nein. Ich habe keine Erspätenabwehr. Oh mein Gott. Loll, er hat schon gekifft. Guck mal, wie viel er mir mit einer Attacke abzieht. Er ist ja schon vergiftet Stroh. Hast du auch eine Giftwaffe? Hallo. Nein. Loll. Wie viel er mir mit einer Attacke abzieht. Ich habe in ungefähr 2 Hits trocken mit Gift. Wolltest du jetzt vielleicht mal meine HP kommentieren? Kommentiert. Ich wollte dir sagen, dass er keinen Schaden macht, wenn er hoch springt, sondern nur wenn er landet. Weil du irgendwas klappert hast von wegen durchrollen. Nein, ich bin durch seinen Check-Attack. Check-Attack? Jetzt hat es ja nichts, dass Basti runterkickt. Wie stimmt das? Du Fähige hier. Boah, ich habe schon voll den Sonnenbrand. Ich habe schon voll den Hunger. Ich habe auch Sonnenbrand. Aha, Aufferstroh. Wie bin ich denn Auffer? Ja, weil Stroh bei Ginger ist. Das ist der Weg von Ginger. Ginger Ring. Ginger Ring heißt. Ginger. Das ist ganz schön witzig. Der hat sich eingraben, der will irgendwo anders stehen. Was macht Stroh? Und Stroh baut erstmal ab. Stroh baut erstmal ab, gell. Woher weischt das? Ja, vielleicht wenn man es ungefähr auf der Karte sieht. Stroh, wenn 5mm machst, dann bist du kein Ginger mehr. Doch. Das ist einfach nur ein Spast. Ginger haben doch immer die 5mm. Wieso denn? Natürlich. Wenn du 5mm hast, dann lache ich dich erstmal aus. Oh ja. Einmal weil es beschissen aussieht. Flinch. Ich finde das cool. Wow. Da movest du mich aus. Moves like Jagger. Da muss ich nicht mehr duschen, weil niemand sieht, wenn du fertige Haare hast. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Aber leider riecht man auch. Da riecht man das auch ziemlich. Und was gibt's Deo? Das stößt dir auf deinen Kopf dann. Du ziehst das wie der 5mm Ausschnitt dein ganzes Leben umkrampiert. Also ich bin zu dumm den umzukicken ey. Ich greif's ja gar nicht mehr an. Der ist ja immer noch vergiftet. Ich versuch's immer gar nicht, weil ich keinen Bock hab da durchzurollen. Da muss ich mich konzentrieren und bis 2 zählen. Du musst schnell mal rollen, du kannst schon einfach laufen. Ja, ich muss dazu bis 2 zählen. Hörner zerstört. Was, du musst bis 2 zählen? Sorry. Oh. Das ist das Problem. Mein Gott, jedes Kackchen, was man macht, braucht man bester Arsch. Oh, ich hab's an der Nase. Interessant, gell. Wow, wow, wow. Ja, das wär mir am liebsten, wenn mir nur sag, schwor an der Nase. Äh, an meinem linken Nasenfiegel. Okay. Danke. Danke, Philipp. Hier wird es erstreut machen. Okay. Kein Ding. Ich hasse dich dafür. Hast den Dovo. Wir haben nur kein einziges Mal einen Rücken angegriffen. Noob, Philipp. Einen Rücken? Einen Rücken? Einen Rücken? Ja, wenn ihr ihr den vielleicht mal umhauen würdet. Während er die Dreh-Move-Attacke macht. Doing! Ich, jetzt. Das wuush. Jetzt. Und jetzt geh auf den Rücken und guck. Zack. Zack. Maschine. Ich hab schon Fallscher. Hardcore vom Bogen. Jetzt schaffen wir's vielleicht. Ich spür's. Drei. Raisin. Boom! Sie ist voll erwischt. Wenn du aber zu spät gelaufen bist, wird er einfach dummwischt. Jetzt haut er mich die ganze Zeit in die Wand rein. Jetzt zödet er mich. Woll? Wieso fällt der nicht um? Leul. Dabei wird zu wenig Damage gemacht, man. Ich konnte nicht anders, lieber. Ich war voll schlecht. Ich war an der Wand gestanden. Mich hat's irgendwie hinter den Glitcht, als ich geladen hab. Keine Ahnung. Alter, der macht mich halt eiskalt to-hit, man. Seit wann macht der da so'n Damage? Na? Loll. 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 Alter. Ja, genau. Alter. Ich werde ungefähr von jeder Tag erwischt und der macht ungefähr so heftigen Damage, dass er einfach nur weinen will. Loll. Loll und ich ko- Pfff. Ich glaube, so'n Großschwert kann auch chargen. Cool, oder? 200. Dreieck Kreis, Dreieck Kreis. Dreieck Kreis, Dreieck Kreis, Dreieck Kreis. Ist doch ganz easy. Beste Kombo mit'n Großschwert. Ja. Sind doch die zwei einzigen Attacken, die's kann. Der hat Hunger. Der ist, äh... Vergift. Der ist traurig. Äh, vergift. Traurig ist er. Der ist, äh, traurig. Das meine ich doch gar nicht. Der heult aus'n Mund. Oh ja, jetzt fällt er um. Sogar ohne was wir was tun. Der heult aus'n Mund und tut dann... Keine Ahne. Jetzt hat er voll auf die Moves like checkers gehen. Wow! Das ist voll die Keule. Boah, die Maschine. Die Maschine. Toll. Ja, du bist aber reingejumpft wie so'n Behinderte. Ich hab mich nicht mal schuldig gefehlt, hätte ich dich weggekickt. Weil du sagst... Und du weißt, dass der ein Aufschlag-Move jetzt kommt von meiner Kombo. Und dann sagst du, bevor du da so'n mich weggekickt. Ja, ja. Oh, ich wetz' mich und kratz' mich am Bauch. Ja, das ist natürlich... Sehr tolle Information. Jetzt hat man ja zuviel Scheisschen labern. Aber wo am Bauch, Philipp? Das ist die Frage eigentlich. Über am Bauchnabel. Okay. Du bist so dumm. Du siehst, Philipp ist dabei und die Parts da und schon wieder eh gekippt. Ja, weil der einfach so schlecht ist. Ich bin einfach nur sick. Weißt, wir haben den Dovo eigentlich schon aufgenommen, aber der Philipp den kippt natürlich, weil sein Internet so schlecht ist, weil er natürlich in so platten Bauten wohnt. Ja. Einfach das Internet zehnmal am Tag abkackt. Was? Full Power. Boom. Jetzt dreht er sich zu mir und da... Und rollt! Swing! Ey, der ist kaputt, der Rücken. Du bist kaputt. Ja, du bist kaputt. Okay. Der Schweif muss nur kaputt sein. Damit kann ich leben und mein Herz ist immer nur offen. Oh, fuck. Mein Herz ist kein Spielplatz. So ist es. Was macht der Hugo LP eigentlich so schönes? Weiß ich nicht. Aber der geht ab. Hier. Nice, Stroh. Dreikreis, Dreikreis. Ja, Philipp, du hast gesehen, dass ich ein Dreikreis praktisch selber schuld. Ich fühle mich gar nicht schuldig. Ich fühle mich gar nicht schuldig. Oh, wow. Das neckt alle weg und Dreikreis, Dreikreis. Oh, scheiße, da kommt ein Dreier. Ja, ich habe einen Hieber gesehen und habe geschaltet. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, wo der runterkommt. Ey, so dicker so besser. Ich glaube, ich habe meinen Tail, du Opfer. Okay. Sieh, nicht das sag. Geht das? Kann ich gleich mal greedy sein? Voll greedy. Nein. Ich will auch greedy sein. Du machst ja immer den Sprungangriff. Du überleg dich die Attacke eigentlich voll schlecht. Du, Ram, Schweif, Schutz. Und sie trifft nicht. Ja, die trifft nie und... Irgendwie halt... Ich trifft sie voll oft. ...kriegst voll viele Free-Hits dann. Ja, aber ungefähr bei den HP ist... Die sind bei den Free-Hits überhaupt nicht schlimm. Dann kämpft man nicht schon. Der sollte nur so lange liegen bleiben, wenn er mal einen trifft. Aber wenn er einen trifft, dann sollte er gleich wieder aufstehen. Ja, das ist schon wieder, ey. Komm, jetzt schaffen wir es vielleicht mal. Fürs. Ist ja nicht lustig, weil er vergiftet ist und die Blubbeblasen da so drehen. Was schmeckt ihn um? Die Hitbox halt, die Hitbox. Ist richtig erotisierend. Loil, ich hätte weitermachen können. Ja. Dachtest du, ich brauche gar nicht mehr fertig zu machen. Loil. Ja, ne, der hat während der umgeflogenes Hunger bekommen. Das habe ich schon so ewig gelegt. Hier war was glänzendes. Oh, der Hump ist. Wie die Bitch. Der wäre doch schneller, als wir dachten. Loil, hab ich voll gekickt, aber... Natürlich. Vollkorn. Vollkorn. Jetzt fickt euch weg. Okay. Ja, weil ich streue ich mein großes Vorbild. Ich muss einfach alles machen, dass er macht. Genau. Ich bin mein schlechtes Vorbild. Wer hat die Saison. Das Friede hat das die ganze Zeit im Auto. Echt? Maschine. Da gibt er ihm den Headbang. Sieh mal, was ich für ein Damage mache. Lolo, Tolo. Gib dir den Kick, den du brauchst. Gib dir den Kick, den du brauchst. Deine Eltern haben immer mich gesagt, sei nicht so wie ich. Denn ich bin ein schlechtes Vorbild. Was ist da das Beste von dem? Schweifknochen, das was ich gerade gekocht habe. Ich habe jetzt gerade eine Moos... Kreuzbein. Eine harte Moosplante hört sich voll cool an. Was ist das? Panzer. So wie eine Haut. Okay. Wow, ich kann den ja viermal. Boah, ich habe Schweifknochen. Seine Fresse sieht voll episch aus. Nur zwei Schweifknochen habe ich eigentlich fünf. Weißzähne... äh... Kau... Backenzähne... Kau... Kau... Tabak. Soll dem sein Gesicht sieht von innen voll scary aus. Yolo. Toll. Der hat auch schnell alles erwartet. Du verstehst es cool, oder? Sie hast du davon. Ich bin ja Maschine. Da kommt ne Rathian. Wo ist ne Rathian? Wie kann das da vorne gerade? Letztes Mal war es ein W. Und Philipp wollte zu ficken. Das habe ich auch vor die Noobrüssi im Gegensatz zu euch. Tja. Noobs zu Noobs. Okay. Uh, Dobohorn. Bei Dobohorn. Bei Dobohorn plus. Bei Dobohorn plus. Oh, ich will ein Kreuz. Bei zwei Dobohorn plus direkt hast. Ich habe übrigens Organrubin. Ich weiß. Schön, gell? Das ist, äh... So schönstisch. Bei dem Bild davon schicken, der ist richtig schön, gell? Du weißt, was cool ist? Da kannst du das überaus OP-Grossschwert machen. Die weiß. Ne, da brauche ich zwei Stück. Das ist so gut, das Große. Das ist so gut Stroh. Das hat nämlich über 1000 Damage. Das musst du haben. Das musst du haben. Das werde ich mal auch bauen. Echt? Das ist so schlecht das Ding, Alter. In Tria habe ich es auch schon gehabt. Da habe ich ewig meine Steine gefarmt für den Scheißdreck. Das ist einfach nur so schlecht. Das ist so eine Verschwendung. Aber es sieht cool aus. Wow! Jetzt müssen wir machen. Der Baumstamm sieht auch cool aus. Panderos, Giginoxos, Maximus und... Was ist Panderos? Giginoxos habe ich gesagt. Aber du hast Panderos gesagt zuerst. Was? Nein, Donneros. Achso, Donneros. Letzter. Und Eisbarot. Genau. Dann gehen wir steil. Im Leakchen-Part. Hab euch alle lieb. Ich bin schwul. Servus. Hab euch alle lieb. Ich bin schwul. Tschüss. Tschüss.